So, ein paar Blicke in die Becken. Aber wusstest du immer nur fotografieren? Bitte? Wusstest du immer nur fotografieren? Also schauen wir mal. Nicht immer nur. Sagittarius. So, das war nur fotografiert. Segel. So, damit zurückgehen wir hoch. So, dass du immer nur fotografierst. Dann probierst du gleich. Dann probierst du ihr hier. Dass du erschockst. Ja. Das war auch immer ganz möglich. Dann probierst du nach oben. So, das war auch immer vorher. So, ich rausgebe. Dann probierst du hier. Dann probierst du auf.